So, hallo Leute, willkommen zu einer neuen Folge Minecraft Dinosaurs, genau, und da sind wir auch wieder hier. Und ich habe euch letztes Mal gefragt, was ihr für ein Gehege sehen wollt, und wir haben einen süßen kleinen Stegosaurus erschaffen. Und da war die Meinung ganz klar, viele von euch, beziehungsweise die meisten, so jetzt, jetzt kriegst du aber den Zorn Gottes zu spüren. Dann Stegosaurus hin und her, okay, hier drin brennt es eh nicht, genau. Und viele von euch fanden dann doch eine Rückwand mit Stormbricks ganz gut. Die meisten meinten, hier solltest du alles aus Glas machen, an dieser Wand, und hier solltest du Stormbricks verwenden, beziehungsweise ein paar Waren auch für Holz. Aber ich werde erstmal Stormbricks nehmen, weil ich die eigentlich, ich will das erstmal ausprobieren, wie es dann im Endeffekt aussieht. Zur Not können wir das eh noch ändern, da werden wir ja keine Blöcke verlieren. Nur halt ein bisschen Spitzhackenfertigkeit, aber das ist ja egal. Die können wir ja jederzeit reparieren. So, genau, gut, tun wir unsere Fackel hier hin. Ja, momentan ist es hier ja noch ein bisschen Lärmgehege, ich würde sagen, wir werden da noch ein paar Extras reinbringen. Also noch ein bisschen, ähm, ja, wie soll ich sagen, ähm, wie soll ich es genau formulieren? Also ein paar so, ja, Abwechslungen halt, so kleine, vielleicht kleine Flüsse oder kleine Mini-Berge. Halt irgendwas, dass es dem Stegosaurus hier nicht so schnell langweilig wird. Den Spielpartner wird er auch bald bekommen. Aber da brauchen wir halt erstmal einen zweiten, da müssen wir uns noch ein bisschen gedulden. Und dann, so, eins, zwei, drei, zack, eins, zwei, drei. So, genauso bei denen hier, noch acht Stück haben wir jetzt frei. Huch, ah ne, ich dachte schon, ich hätte den geschlagen, aber haben wir jetzt zum Glück nicht gemacht. Das wäre ja was. Schlägt das Kalter seinen eigenen Dinosaurier. So was geht nicht. Und zack. Genau, ein bisschen bräuchten wir dann noch, aber das kriegen wir auch schnell zusammen. Glas, genau, haben wir noch drei mit. Und, naja, tun wir auch mal rein. Eins, zwei, drei. So, und ihr hattet mir, beziehungsweise eine Person hatte mir noch hierfür eine gute Idee genannt, für diese Wand. Und zwar hat diese Person angesprochen, hast es Kalter? Du solltest die Wand auch verwenden, verändern. Vielleicht könntest du dafür irgendwie, weiß ich nicht, gelbe Wolle nehmen. Oder vielleicht auch braune Wolle, weil du ja auch braune Schafe hast. Und dann habe ich überlegt und dachte, naja, braune Wolle sieht irgendwie komisch aus. Aber du hast recht, die Wand muss echt verändert werden. Da habe ich ein bisschen nachgedacht und dachte dann, wie wäre es mit Sandstone? Weil Sandstone ist eigentlich auch ein ziemlich geiles Material, finde ich. Und für so eine Wand wäre es doch optimal eigentlich. Ja, und dann habe ich ein bisschen Sand gefahren, weil wir ja sowieso auch noch Glas brauchten. Und ich kann euch mal zeigen, wie schnell das geht, Sandfarmen. Ne? Autsch. Genau. Und zwar, letzte Folge war hier ein Sandsee. Beziehungsweise was heißt Sandsee? Na jedenfalls war da ganz viel Sand. So wie hier ungefähr. Und dann habe ich einfach alles abgetragen. Das kann ich euch jetzt mal demonstrieren an diesem Haufen. Da geht ihr einfach hier rein und macht dann einfach alles weg. Ihr werdet merken, müsst ihr euch dann mehrere Schaufeln craften. Aber zum Beispiel für einen Sandtügel reicht eine so eine Schaufel immer aus. So. Genau, dann müsst ihr untertauchen. Zack. Unter Wasser könnt ihr das auch machen, aber da dauert es halt etwas länger. Also ich bin da lieber über Wasser. Wobei es unter Wasser eigentlich auch noch relativ schnell geht. Und dann guckt mal am Ende, wie viel Sand ihr dadurch bekommt. Und daraus können wir ja auch entweder Glas machen oder auch Sandstone. Wenn wir viel Sand haben, können wir daraus Sandstone machen. Das hat also zwei Effekte. Schon ziemlich cool eigentlich. So ab und zu solltet ihr dann auch einmal auftauchen, wenn ihr diese Unterwasser Methode macht. Ansonsten sterbt ihr halt. Ganz klar. Zum Beispiel sollten wir jetzt auftauchen. Zwei. Eins. Und. Autsch. Autsch. Und. Geschafft. So. Dann haben wir jetzt da schon. Guckt euch das an. 45 Sand zusammen. 48. 49. Dann haben wir schon gleich einen Stuck. Gleich einen Stuck. Genau. Wieso sage ich Stuck? Das heißt doch Stack. Keine Ahnung. Irgendwann hat das mal jemand erzählt. Ey, was kann sein? Guck mal, das ist ein Stuck. Dann habe ich mir das gemerkt, weil ich das eigentlich ganz cool finde, das Wort. Stuck. Das sieht irgendwie witzig an. Aber halt auf jeden Fall 64 Stück haben wir dann schon voll. Und das nur wegen so einem kleinen Sandhaufen. So, wenn uns das dann stört, also wenn wir dann denken, oh, dann ist hier ja das riesige Loch drin, können wir auch einfach sagen, pff, egal, dann füllen wir das mit Dreck auf. Also das ist dann kein Problem. Genau, sogar Eisen finden wir dadurch, durch diese Methode. Ist das nicht genial? Nur halt das Eisen unter Wasser abbauen echt lange dauert. Wobei, was ihr auf jeden Fall mal ausprobieren müsst, ist Obsidian unter Wasser mit der Hand abbauen. Ich wette, dass... Nein, in der Zeit werdet ihr ertrinken, aber wenn ihr das mal macht. Es wird euch circa 6 Minuten dauern lassen, allein schon Obsidian normal abzubauen mit der Hand. Dauert schon 4... Ach nee, ich kann ja auch die Schaufen nehmen. Dauert schon 4 Minuten und 11 Sekunden. Also einen Obsidianblock mit der normalen Hand abzubauen. Wenn ihr es dann noch unter Wasser macht, das dauert doch bestimmt 6 Minuten. Also probiert das ja nicht aus. Oder probiert es aus. Je nachdem, ob ihr das... Ja, ob ihr die Zeit mal habt. So, 11 Dreck haben wir dann auch. Und guck mal, dieses Dreck benutzen wir dann dafür, das Ganze da nochmal schön abzurunden. So, wenn wir dann merken, okay, wir haben zu wenig Dreck dafür, gar nicht schwer. Geht ihr einfach nach unten und tragt hier noch ein bisschen Dreck ab. Genauso wie ihr halt Sand gefarmt habt. Ist ein bisschen unnötig, Dreck zu farmen. Ich weiß, da kommt man sich irgendwie schäbig vor. Haha, ich farme Dreck. Aber, naja. Warum sollte man unnötig Dreck verschwenden? Dreck kann man nämlich immer gebrauchen. So, und jetzt schnell an die Oberfläche ist kalter. Bevor du stirbst. Das wäre nämlich ziemlich schade bei diesen 53 Leveln. So. Genau, und einige von euch meinen auch, ich soll die zwei Welten nochmal kombinieren. Also die alte Welt mit der neuen Welt. Hm. Ja, ich denke, die meisten von euch, die sind ja auch schon über die alte Map, sag ich mal, jetzt hinweg. Die haben sich jetzt auch mit der neuen Map angefreundet. Aber ein paar Leute, vielleicht so ein, zwei Leute, meinten dann noch, als ihr es kalter, verbindet die Maps doch mal. Problem ist nur, dass es ziemlich kompliziert ist. Also wenn ihr mir wirklich sagen könntet, wie man das einfach macht, würde ich es machen. Ist halt nur das Problem, dass es sehr kompliziert ist, weil es gibt zum Beispiel MC Edit, damit wäre das möglich prinzipiell. Da es aber ein Modpack ist hier, ist das nicht möglich. Weil das dann einfach nur failen würde, wenn man dann da mit MC Edit rumspielen würde. Wir gehen halt wirklich nur naturelle Blöcke von Minecraft aus. So, guckt euch das an. Jetzt sieht das gar nicht so aus, als wenn er mal Sand gewesen wäre und wir haben, ja, einen ganzen Stack Sand. So einfach geht das. So einfach bekommt ihr Sand, das könnt ihr dann teilen. Ich weiß, da kommt nicht viel raus, aber immerhin. 18 Routon Sandstone haben wir jetzt. Daraus können wir auch was machen. Ihr werdet sehen, 20 Sandstone. Also Sandstone herzustellen, auf diese Methode ist schon sehr kostspielig. Ich würde, wenn ihr die Chance habt, auf jeden Fall immer in die Wüste gehen. So, genau, ein bisschen Glas habe ich dann auch noch. Das habe ich dann auch gemacht. Haben wir im Kaltivator, haben wir gar nichts drin. Da können wir eigentlich auch noch was rein tun. Wobei ich da auch noch so eine Milchgebende Kuh brauche. Aber, oh, wieso springe ich hier immer runter? Wieso, wieso nehme ich nicht einfach den Weg, den ich mir gebaut habe. So, genau bei den Kühen. Ähm, ne, bei den Schafen war das. Da man ja auch erst kalter färbt, die mal weiß. Und das ist eine gute Idee, das machen wir jetzt. Weiß, weiß, weiß. Oh mein Gott. Und weiß, weiß, weiß. Na. Und weiß. Besser als Persil. Wir haben alle weiß bekommen. Also wenn ihr jetzt nicht mal eure Klamotten, eure weißen T-Shirts waschen wollt und nicht wollt, dass sie dreckig werden oder so. Oder, dass sie sich verfärben. Dann einfach, ja, ein bisschen Knochen abschaben. Und dann das Knochenmehl darauf tun. Und schon habt ihr weißes Fell. Beziehungsweise ein weißes T-Shirt. Komplett weiß. Ja. So, aber dann gehen wir mal zurück. Das hält die Zombies auch auf, weil das halt zwei Blöcke, weil die halt zwei Blöcke brauchen, das ist nur ein Block hoch. Mal einen kleinen Zwischenraum. Gehen wir mal weiter. Ja, den beiden geht es auch prächtig. Guckt euch die an, die kleinen Racker. Die werden auch immer größer. Und zum Glück beißen die mich nicht. Also die sind zum Glück sehr freundlich. Au. Das tat weh. So. Genau, Stego. Du bist ja auch schon ein bisschen gewachsen. Du bist ja auch schon gewachsen. So. Ne, er haut nicht ab. Da haben wir Glück. Komm, ein bisschen Abwechslung hat er sogar schon im Gehege. Und mit ein bisschen Abwechslung meine ich jetzt den Crafting Table. Den mag er irgendwie. Und die Kistemarke auch. Da klettert er gerne mal drauf rum. So, das müssen wir natürlich zumachen. Wäre nämlich schade, wenn ich hier ausbrechen würde. Das wäre nicht ganz so cool. So. Und zack, ist das fertig. Der Großteil. Der grobe Teil jedenfalls. Können wir wieder hier rein, wenn wir wollen. Und dann können wir noch den Rest machen. Ganz einfach, in ruhiger Stille. Ein bisschen Birkenholz. Sieht immer gut aus. Ich weiß nicht. In diesem Texture Pack mag ich dieses Birkenholz irgendwie ziemlich sehr. Also ich liebe Birkenholz in dieser, bei diesem Texture Pack. Ne, früher mochte ich Birkenholz nicht. Also ganz am Anfang, als ich die Minecraft angefangen hatte, da fand ich, das sah irgendwie immer so komisch aus. So Albino-Holz mäßig. Aber jetzt finde ich es eigentlich ganz schön. Jetzt habe ich mich wirklich mit diesem Holz angefreundet. Und da bin ich wirklich ein großer Fan von. Ja, was haben wir jetzt vergessen mitzunehmen? Was wir vergessen mitzunehmen haben, war Stonebricks. Aber das holen wir auf jeden Fall nach. Keine Angst. Das machen wir mal eben. So. Genau. Das müssen wir dann auch nochmal beachten, dass wir das hier auch nochmal wegtun. Guck mal, momentan werden ja auch jetzt keine Monster reinspringen, hoffe ich. Weil es ja Tag ist. Hm. Na, guck, er ist schlau. Der will da raus. Bzw. was nicht schlau ist, weil hier drin ist, ist es doch super. Ich kann es gar nicht verstehen. Aber man merkt schon, der hat Intelligenz, wenn er raus will, dann kommt er auch raus. Nur, dass er halt da einen Weg braucht. So ist es halt unmöglich. Aber wenn die Möglichkeit besteht, rauszukommen, dann ist er auch wirklich sofort draußen. Dann ist er schneller draus, als wir das kalter sagen können. Und das geht schon ziemlich schnell. Also, gehen wir mal zurück, holen nochmal unsere Stonebricks. Und dann machen wir dem mal ein schönes Gehege und stellen das ihm endlich fertig. Wonach wir dann auch mit unserem Hausbau anfangen können. Genau, weil dieses Haus ist wirklich schäbig. Und dann wollte ich jetzt vielleicht mal hier ein kleines Häuslein bauen. Dort, wo jetzt noch ein paar Bäume stehen. Und dann könnte man das gleich hier mit verbinden. So einen kleinen Tunnel vielleicht dazu, zu dem Haus machen. Hatte ich so eine kleine Idee. Könnt ihr mir aber auch nochmal vielleicht einen Kommentar schreiben, wo ihr das Haus hinhaben wollt. Und vielleicht habt ihr da ja ganz eigene Ideen. Genau, was brauchte ich? Stone war das. Stone. Und warum mache ich das immer? Warum mache ich da immer Stone? Ganz einfach. Ich nehme mal Cobblestone und schmelze das dann zu normalen Stone. Damit wir halt uns aus dem Stone, was wir dann erhalten, Stonebricks machen können. Also wir nehmen dann Stone. Und ich wollte eigentlich generell nur Stone haben, kein Cobblestone. Naja, tun wir dann hier wieder Cobblestone rein. Und ich habe wirklich gar keinen Stone mehr. Schade, so schnell geht das. Nee, dann muss man das halt so machen. Eins, zwei, drei und schon haben wir Stonebricks. So, ihr seht schon, 32. Reicht vielleicht noch nicht ganz, aber fürs Gehege sollte es eigentlich erstmal ausreichen. Eisenerz. Können wir? Wo können wir das mal reintun? Hier können wir das reintun. Ja, und dann würde ich sagen, auf zum Dino-Gehege. Yay. So, 32. Reicht das oder reicht es nicht? Was ist eure Vermutung? Schreibt es in die Kommentare, bevor ich da bin. Wobei man das ja auch nicht prüfen kann, weil es ja kein Livestream ist. So, hallo. Wie geht es denn euch beiden? Guck mal, das sind auch wirklich wie Zwillinge. Die sind ja wirklich beide am selben Tag geboren. Nur, dass wirklich einer ist ein paar Minuten älter, weil halt der Erste getötet worden ist. Also, ja, der Erste muss ja getötet werden. Gleich als ich sie gespawnt habe, haben sie sich schon gebettelt, sozusagen. Also, die waren da echt schon aggressiv. Genau, aufpassen. Mach am besten immer erst den hier. Weil wenn du zuerst den hier machst, dann denkst du, aha, der kletter dich rauf. So. Zack, 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 zack. Reicht das oder reicht es nicht? Das sieht eng aus. Neun, sieben, fünf, drei. Ne, es reicht nicht. Schade. Schade, schade, schade. Es hat nicht gereicht. Das ist irgendwie traurig. Aber ist kein Problem. Wir werden ja immer noch ein bisschen Cobblestone bekommen. Mal so viel, wie wir hier noch farmen können. Guck mal, da dachte ich mir, dass ich vielleicht nochmal off-skin mal ein bisschen das mal weiter hier den Gang. Weil es ist ja einfach nur, ja, Cobblestone-Farmen ist ja immer dasselbe. Ich denke, ja, das wollt ihr ja vielleicht nicht unbedingt sehen. Dass ich hier halt immer so ein bisschen weiter farme. Dass ich das einfach mal off-skin mache hier so ein bisschen. Aber so ein bisschen weiter farme. Damit wir halt auch nachher auch mehrere Gehege hier anbringen können. Und meinetwegen hier ist das Stegosaurus-Gehege. Hallo. Dann kommt hier das Triceratops-Gehege. Dann kommen, gehen wir weiter. Und auf einmal kommt ein T-Rex-Gehege, sozusagen. Also, dass man das wirklich total gut anordnet. So, hier werden wir dann auch nochmal ein paar Steine mitnehmen. Aha, dann klauen wir die nämlich erstmal hier hin. Weil hier brauchen wir die momentan noch nicht. So dringend. Und tun sie dann woanders hin. Ist so ein, ja, eine Not-Situation. Wo man das schon mal anwenden kann. Damit die jetzt nicht traurig ist unser... Genau, nachher heute noch. Nur weil es im Gehege nicht ganz fertig ist. Und das wollen wir ja nicht. Also Dreck her. Dreck hier ran. Ja, und es heißt ja Dirt. Und deswegen, weil ich früher... Ja, Dirt kann halt Dreck heißen. Es kann aber auch Erde heißen. Theoretisch sollte man es wirklich mit Erde übersetzen. Denke ich hier mal. Jedenfalls würde in Minecraft mehr Sinn geben. Aber da ich halt damals Dirt nur halt als Wort für Dreck kannte, habe ich es seitdem immer für Dreck übersetzt. Übersetzt, beziehungsweise ich habe es immer eigentlich Dirt genannt. So, aber wenn ich es halt auf Deutsch übersetzt habe, dann wirklich immer mit dem Wort Dreck. Ja, und so ist es dann auch geblieben. Ich kam noch nie irgendwie zur Erde. So. So. Weil ich finde, Erde ist halt eher... Für mich ist Erde Soil. Also ich habe das damals so gelernt, Soil ist Erde. Und Dirt ist eher Dreck, beziehungsweise so... Ja, so eine Dreck-Erde. So eine total schlechte Erde. Deswegen. Naja. Ähm, wie man das nimmt. Es gibt ja auch verschiedene Interpretationsmöglichkeiten, wie es auch immer gibt. Gibt es auch beim Stegosaurus. Zum Beispiel, die einen finden dann, okay, Stegosaurus, ich finde deinen Kamm voll cool. Der sieht irgendwie so richtig hipster, stylisch aus. Und die anderen denken, oh mein Gott, das ist ein Kamm, der sieht doch voll grässlich aus. Aber ich persönlich, meine Meinung ist, dass ich diesen Stegosaurus liebe. Ich finde seinen Kamm auch ziemlich geil eigentlich. Aber bisher waren unsere Pflanzenfresser irgendwie immer grün. Unser Treceratops war grün. Unser Stegosaurus war grün. Okay, unser Brachiosaurus war blau. Aber, ähm, ich weiß nicht, die haben immer so spezifische Farben gehabt. Und ich habe mal gelesen, dass sie auch mehrere Farben haben können. Also ich habe schon mal so ein Screenshot gesehen, der war ein roter Triceratops. Und da frage ich mich auch, wie sowas geht. Weil ich möchte auch mehr gerne mal so einen andersfarbigen Dinosaurier haben. Aber da weiß ich halt noch nicht genau, wie das gehen soll. Craften wir uns mal einen Eimer Wasser, denn das kann ich nicht länger mit ansehen. Die, ähm, die Farben müssen wir auch mal verbessern. Das habe ich nicht wirklich missgebaut, um ehrlich zu sein. So, ähm, genau. Erstmal schön schlafen hier. Oh, war das wieder ein anstrengender Tag. Oh, und mein Gott, da ist er. Unser Rabauke hier. Zieh den Zorn Gottes auf dich. Ja, ne, der Blitz schlägt nicht ein, wenn wir drin sind. Beziehungsweise wenn Holz in der Nähe ist. Yay. So kann unser Haus nicht abbrennen. Ah, 30 Stone, gut. Dann können wir nämlich auch wieder ein paar Stone Rigs machen. Müssen wir nichts mehr wegklauen. Füllen wir da nochmal ein bisschen Cobblestone, füllen wir noch ein bisschen Cobblestone nach. So, und ihr meintet ja auch, ich soll da mal einen Eimer Lava reintun, dass es dann schneller geht. Da habe ich mir überlegt, wenn wir da Lava reintun, dann, ähm, ich weiß auch nicht. Da müssen wir, ähm, am besten ja so ein, ähm, ja, unendlichen Lava, eine unendliche Lavaquelle haben. Und ich weiß nicht, ob es das gibt. Gibt's das? Ja, wenn ja, wäre das natürlich möglich. Dann würden wir uns hier einfach irgendwo in der Nähe so ein Lava-Dings machen. Und dann, zack, hätten wir, ja, eigentlich immer Kohle, ne? Bräuchten wir keine Kohle mehr. Könnten wir die Kohle für was Besseres verwenden, nämlich für Fackeln. Oder für, für was kann man Kohle noch verwenden? Fackeln und, ja, in Minecraft kann man es nur für Fackeln und für, ja, zum Verheizen benutzen. Glaube ich jedenfalls. Vielleicht ist mir gerade was entfallen, ich bin mir da auch nicht mehr sicher. Man weiß ja nie bei den 1000 Updates heutzutage, was es da auch für neue Möglichkeiten gibt. Genau, dann fällen wir mal hier die Bäume. Denn hier wollte ich ja das Haus hinbauen. Da können wir ja jetzt schon mal anfangen mit dem Fällen. Wenn wir nächste Folge uns nochmal einen Teil, den Häuserbau widmen. Weil das alte Haus, ihr habt recht, es ist wirklich nicht das Schönste. Ich werde das trotzdem erstmal stehen lassen, das alte Haus. Das kann man vielleicht mal etwas verschönern. Aber, ähm, hier kommt dann wirklich mal ein professionelles Haus hin, würde ich mal so sagen. Guck mal, sogar Nautilie haben. Wow. Zorn Gottes unter Wasser ist nicht gut, ich weiß. Ähm, wir sollten uns lieber ein normales Schwert craften. So, sterben Nautilus. Genau. Hier sind echt viele Nautilies mir aufgefallen. Ich glaube hier sind, nee, hier sind keine, aber zwei Stück waren hier drin. Nicht schlecht, vorhin habe ich ja auch mehrere gesehen. Die schwinden und kommen immer, wie sie lustig sind. Ja, und das Geile ist an diesem Biom. Einige von euch meinten ja auch, dass sie das Biom blöd finden. Aber ich finde es eigentlich extrem geil. Weil das alte Biom, da hatten wir halt über all diese nervige, ja, Graswiesenlandschaft. Und hier haben wir wirklich auch dieses Waldbiom, dieses wirklich, dieses normale schöne Biom, was einem auch viel mehr Spaß bringt. Also finde ich jedenfalls. Ich mag dieses Biom hier, was wir hier haben, viel mehr als dieses Grasbiom. Äh, das Grasbiom. Äh, mag ich gar nicht. Naja, aber ich finde das Biom hier eigentlich schon ganz cool. Da kann man auf jeden Fall gute Sachen bauen. Guck mal, das können wir auch dann zum Beispiel nutzen, um nachher hier so einen kleinen Plesiosaurus-Seet anzulegen. Ne, also da gibt es auf jeden Fall unbegrenzte Möglichkeiten, die wir hier haben in dieser Welt. Deswegen ist diese Welt auch jetzt mein momentaner Favorit. Wobei, die alte Map, die war natürlich auch klasse. Ich habe sie auch sehr genossen, die alte Map. Nur hat halt die neue mehr Möglichkeiten. Und ich finde sie einfach wirklich, au, besser. Naja, aber, ähm, ich denke die meisten von euch haben sich mittlerweile auch schon daran gewöhnt, dass wir jetzt in der neuen Map spielen. Wenn nicht, dann, ja, dann habt ihr jetzt... Klingt vielleicht blöd, aber dann habt ihr Pech gehabt. Denn ich werde jetzt in dieser Web-Map bleiben. Genau. Vorteil davon ist, ich werde die Map nicht mehr wechseln. Sondern wir bleiben jetzt in dieser Map. Vielleicht werden wir noch ein, zwei Mal an der alten Map vorbeischauen. Vielleicht so mal als Special oder als, ähm, kleiner Besuch. Um mal zu gucken, wie es unseren alten Dinosaurern geht. Keine Angst, sie werden auch nicht sterben. Dafür habe ich gesorgt. Ähm, das ist nämlich extra so, weil wir so weit weg sind, dass, ähm... Ja, wie soll man das beschreiben? Gibt es da so einen passenden Vergleich? Sind so weit weg, dass, ähm, ja, dass sie gar nicht geladen werden. Das ist wie wenn Chunks nicht geladen werden, dass man sich halt nicht füttern muss. So. Genau, so Blätter. Sand. Äh, ich meine Dreck. Und dann gehen wir mal nach oben. Ähm, was wollte ich denn genau? Ach ja, ich wollte das Holz hier fällen. Aber vorher, was ganz wichtig ist, craftet ihr eine Iron Axe, neue. Craftet ihr, ähm, ganz viele Brötchen, damit du nicht diese Situation hier hast. Ist nämlich echt blöd. Und, craftet ihr mal vielleicht einen Feeder? Ich weiß nicht, ob ich das schon erwähnt habe, aber es gibt ja die Möglichkeit eines Feeders. Das ist ein Gerät, das automatisch Dinosaurier füttert. Nur, ähm, habe ich gelesen, dass es irgendwie für die, ähm, neuste Dinosaurs-Version gar nicht so richtig mehr funktioniert. Da müssen wir einfach mal schauen, ob das stimmt oder ob das nicht stimmt. Dann können wir das ja dementsprechend nochmal ausprobieren mit diesem Feeder. Vielleicht haben damit ja auch einige von euch auch schon Erfahrungen gemacht. Wenn ja, dann könnt ihr mir da auch mal in die Kommentare ja mal schreiben. So, ähm, genau, tun wir erstmal den ganzen Mist hier rein. Was wir auch immer so haben, ist ja wirklich immer eine Menge. Dann brauchen wir noch eine Axt. Eine Axt brauchen wir. Craftet Tableau. Ein bisschen Holz rein. Daraus machen wir Sticks. Aus diesen acht Sticks machen wir zum einen eine Axt. Eine schöne Eisenaxt. Dann noch ein Schwert. Nehme ich mal einfach ein bisschen mehr raus. Dann noch ein schönes Schwert. Und was brauchen wir noch? Hm, eventuell noch eine Schaufel. Weil unsere Alte ja auch langsam den Geist aufgibt. Und schon haben wir unsere Materialien toll verwendet. Dann würde ich sagen, das war's dann auch mit dieser Folge Minecraft Dinosaurs. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, dann gebt mir doch bitte einen Daumen nach oben. Wenn es euch nicht gefallen hat, dann auch einen Daumen nach unten. Und ansonsten macht's gut und bis zum nächsten Mal. Und wie gesagt, schreibt mir nochmal in die Kommentare, was ihr so für Ideen habt, was wir jetzt als nächstes für ein Haus bauen können. Beziehungsweise was ihr für Verbesserungsvorschläge für das Gehege von unserem Stegosaurus habt. Und ansonsten macht's gut und bis zur nächsten Folge.